Willkommen zu Freddys Reisetagebuch. Heute back in Biddleborn. Das hier ist jetzt zwar noch nicht Biddleborn, das ist Köln-Mülheim, aber ich lasse mich jetzt gleich von Captain Mo abholen. Und dann machen wir eine Revival-Party von Ostern 2011. Heute ist Karfreitag 2016 und vor fünf Jahren haben wir in Biddleborn bei Mirko The Creature 2 Loveless gedreht. In diese und kommende Woche drehen wir einen weiteren Zapfassfilm. So war das damals, so wird es wieder sein. Man darf gespannt to be in, ich wollte es nicht schon wieder sein sagen. Tschüss.